Hallöchen Leute, willkommen zurück hier bei Super Sponge im Kelpozonischen Dschungel. Hier ist SpongeBob, ein Blasenzauberstab. Eingetaucht und fertig für dich zum Benutzen. Hoch und runter und ringsherum. Ich weiß nicht was das bedeutet. Drück einfach R um Blasen zu machen und dann kannst du sie als Plattform benutzen. Wow. Kranke Sache. So, ja, willkommen zurück bei Supersponge. Wir sollen gerade die Klamotten, ein paar neue Klamotten für Mähung, Frommon und Blaubaschbube besorgen, damit die uns endlich mal eine signierte Karte für Patrick zum Geburtstag ausstellen. Das kann ja wohl nicht sein, dass das hier so lange dauert. Wir sind jetzt schon mit der Zeitmaschine gereist und sind glücklicherweise in der Vergangenheit gelandet und nicht in der Zukunft, wo alles verkromt ist. Sonst müsste ich ja nur in der Ecke sitzen und die Zukunft rufen. Das wäre auch persönlich nicht so gut, aber was soll's. Jedenfalls wollte ich beim letzten Mal noch eine Geschichte erzählen, dann war das Level schon zu Ende und dementsprechend mussten wir uns die Geschichte allesamt aufheben bis zu dieser Folge. Und jetzt erzähle ich euch dieses andere Spiel, die Schlacht um Bikinibotte, die ist... Ah, das war ja wieder heldenhaft hier. Genau, da war in der Anleitung, wo die die Passwort-Funktion erklärt haben, stand dann ein Passwort drin auf diesem Screenshot, der dafür benutzt wurde. Und wenn man dieses Passwort eingegeben hat aus der Anleitung, hat man einen Spielstand bekommen, der 100% durchgespielt war, um sich alles anzuschauen. Und dementsprechend hatte ich dann dieses Spiel eher... Ah, wir haben die Pantoffel gekriegt. Schön. Ähm, ja, wir haben dann dieses... Ich hab dann dieses Spiel meistens alle Level damit freigeschaltet. Im Wal, was zur Hölle? Wir brauchen die Seesternmaske. Wobei, warum Maske? Eigentlich hat er die doch nur über die Nase. Ähm, ja, und hab dann eher alles freigeschaltet gehabt. Wow. Und wenn ich jetzt einmal Damage gekriegt habe, dann hüpfe ich jetzt auch weiter. Das ist mir jetzt auch egal. Ähm, genau. Und hab dann eher die Level mir angeguckt, die mich interessiert haben, anstatt das Spiel wirklich so richtig durchzuspielen. Und deswegen... Ich hab zwar jedes Level, glaub ich, mal gesehen. Und hab auch jeden Bossgegner besiegt. Aber ich... So wirklich in der richtigen Reihenfolge hab ich diesen anderen Teil vom Spiel nie gesehen. Und das ist ein bisschen traurig, wenn ihr mich fragt. Und deswegen ist es auch irgendwann mal an der Zeit, dass ich mir das Ganze auch mal zu Gemüte führe, ne? Nicht nur hier Super Sponge, was ich inzwischen schon das ein oder andere mal durchgespielt habe, sondern eben auch die Schlacht von Bikini Bottom einfach mal. Das war ja mehr Glück als Verstand, dass da genau die Qualle war. So, nee, hier geht's nicht weiter. Gut, dann... Bam, und der Zitteral kommt auch noch hinfort. Einmal über die Dinger hin drüber und den fliegenden Pömpel weg. Headcrab interessiert mich nicht. Einen Krabbenburger brauche ich, glaub ich, auch noch nicht. Und die Seesternmaske. Hallo! Du siehst ein bisschen aus wie... Ähm, Metroid 4. Ich... Ich... Ich hab den Namen vergessen. Wie hieß es denn nochmal? Das Vieh in dem Wasserareal. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle Metroid 4 bei mir gesehen und wisst dementsprechend, wovon ich rede. Das brutzelt mich hier ganz schön durch. Ich hoffe, ich krieg von dir auch Speedbooster, ja? Wie von deinem... Wie von deinem Metroid... Wie von deinem Metroid-Kumpel. Oh Gott. Jetzt muss ich aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin tot. Ich wollte doch nur zum Krabbenburger. Das ist schwerer, als es aussieht. So viel zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Dass ich... Äh... Ernsthaft? Fange ich mit dem Spiel komplett von vorne an? Mit dem Level komplett von vorne an? Sehe ich das hier richtig? Naja, jedenfalls... Ähm... So viel zu dem, dass ich mir vornehme, kein einziges Mal durch Verlust meines kompletten Lebens drauf zu gehen. Das hat ja jetzt auch schon wieder nicht mehr funktioniert. Passiert. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ja, das Einzige, was ich machen könnte, ist, äh... Dass ich die Aufnahme abbreche und so tue, als wäre das nie passiert. Aber ganz ehrlich, das habe ich nicht nötig. Ihr wisst eh, dass ich kacke bin. Also dementsprechend ist es auch egal. Oder? Wie seht... Aua, ernsthaft? Ich darf da auch nicht draufhüppern? So, komm her, Pömpelchen. Nein? Okay. Headcrap. Na gut. Ich habe zwar nicht so viel Leben, aber wir machen das schon. Ernst... Oh, Mann! Ich muss versuchen, hier drauf zu bleiben. Ich nehme dich jetzt schon. So. Hier ist, glaube ich, eine gute Stelle. Fragezeichen. Alter, was bist du denn für ein Kackviech? Seres, hieß es, glaube ich. Au? Ja gut. Wenn es das auch gerade eben schon gemacht hätte, wäre es wesentlich einfacher gewesen. Aber diese ganze Schlängelei... So, die Straße auf den Grund von Rockbottom. Schön, auf nach Rockbottom, Leute. Überraschung, ich bin zurück. Schau, was ich für euch habe. Ah, schau, Kind. Du beginnst langsam wirklich, mich zu nerven. Aber... Eines unserer liebsten Algenriegel, ja. Der wäre wirklich großartig. Also, Kind, den kriegst du... Den kriegst du nur in Rockbottom. Da stand zwar Bikinibottom, aber sonst würde es ja jetzt nicht nach Rockbottom gehen, wenn es den in... Wenn es den in Bikinibottom geben würde. Das hat auch schon wieder nicht geklappt. Na gut. Na gut, auf nach Rockbottom. Ich meine... Wir haben ja Spaß an Rockbottom, oder? Au. So, nein. Oh, doch, vielleicht. Oh, wir kriegen einen Quallenlauncher dafür, dass ich mich hier fett auf die Fresse gelegt habe. Das ist doch gut. Und jetzt öffnet sich die Tür und Lizzie kommt hinein. Hallöchen, Schatz. Na, wie geht's dir? Na? Ja. Wir brauchen... Was brauchst du? Ach, du... Ach, ich weiß was. Da will jemand eine CD von Taylor Swift auf dem PC ziehen. Tja, solche Leute gibt's halt auch. Manche Leute müssen einen Algenriegel aus Rockbottom besorgen und andere Leute hören Taylor Swift. Ich komm gleich rüber, wenn ich hier fertig bin. Nein, ich glaube, Bailey möchte mich nicht fressen. So, und jetzt weg von Rockbottom, bitte. Ja? Gut, danke. So, kann ja nicht angehen hier. Ich mach die ganze Arbeit und dann kommt Lizzie und will hier irgendwie plötzlich anfangen, den Algenriegel zu besorgen, nur damit mehr Jungfraumann und Blaubarschbube dann Lizzie toll finden. Ne, ne, so spielen wir hier nicht. So spielen wir hier nicht. Vergesst es mal schön, Freunde, ne? Gut, wir gehen weiter. Wir wollen die Münze. Wahrscheinlich müssen wir drei Münzen kriegen, damit wir dann... Eine Münze! Bitte werfen Sie die Münze ein! Und die einsamen Seelen sind auch da. Den zweiten Coin. Ja, genau, das wollte ich sagen. Oh, hier haben wir Ninja-Seesterne. Bei denen können wir, soweit ich weiß, nichts tun. Deswegen probiere ich es gar nicht erst. Äh, genau. Ich wollte sagen, wahrscheinlich müssen wir hier drei Münzen einsammeln, damit wir... Aua! Damit wir dann im letzten Level einen Getränkeautomaten, ne, oder also so einen Snackautomaten aufsuchen können. Ich würde gern diesen Krabbenburger essen. Lecker! Wirklich äußerst deliziös. Zombies? Echt jetzt? Aber es macht doch nur Pff, in Rockbottom. Warum gibt's denn hier jetzt Zombies? Wir haben jetzt Zombies! Und Ninja-Sterne und komische, komische Würmer. Taddeus! Ich bin hier nicht im Tentakel-Paradies, ich bin bei den einsamen Seelen. Wobei, das klingt doch irgendwie nach Tentakel-Paradies. Aber, aber anderes Tentakel-Paradies. Wir spielen hier Spongebob. Ich mache hier keine schlechten, bösen und zweideutigen Witze. Ja, gut. Hätten mir das geklärt. Wir sind hier ein anständiges Spiel. Warum werde ich hier so fett von euch getroffen? Und wo soll ich überhaupt lang gehen? Das ist viel eher die wichtigere Frage. Bin ich hier falsch gewesen? Hätte ich hier einfach nach rechts gemusst? Ja, ich hätte hier einfach nach rechts gemusst. Über den Zombie und durch den Wald zu Großmutters Haus fahren wir. Nein, das ist falsch. Sonst kriege ich nur einen Pulli mit Liebe in jeder Masche. Das möchte ich auch nicht. Ist es euch übrigens aufgefallen, dass ich versuche möglichst viele Spongebob-Anspielungen hier in dieses Let's Play einzubauen. Ich hoffe, ihr versteht alle. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Und wenn ihr alle versteht und findet, ich habe zu wenige gemacht, dann tut es mir auch leid. Ich gebe, was ich kann. Wirklich. Aber es ist ja nicht das einzige Spongebob-Spiel. Und dementsprechend kann ich mir ja auch noch ein paar auf zum Friedhof. Dementsprechend kann ich mir auch noch ein paar von den Spongebob-Anspielungen für andere Spongebob-Spieler aufheben. Na, gut. Aua, da kommt ein Geist einfach aus der Ecke geschissen. Also nicht zu lang stehen bleiben. Dann weiß ich Bescheid. Oh, ja, toll. Wenn ich da an der Ecke stehe, kann ich also... Oder... Ach so, daran liegt es. Ich habe gar kein Netz. Ja, da kann ich dann lange versuchen, äh, versuchen, bis ich... Fliegende Totenköpfe... Was geht hier ab? Spongebob, was läuft bei dir? Warum hast du plötzlich fliegende Totenköpfe an? Die kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an den fliegenden Holländer erinnern, aber nicht an fliegende Totenköpfe. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Oh, Geist. Nein. Böse. N-n-n. Nein. Hier weiter. Zombie. Und... So, hier hin drüber. Und, äh, da ein paar goldene Pfannenwänder. Der Chef von den Wänden, der Löpfann in Wänden. Ihr wisst Bescheid. Wobei das, äh, keine der besseren Folgen war. So, weg mit dich und weg mit du. Und dann sind wir auch schon ein Coin reicher im Nu. So schnell geht's. Und auf zum letzten Stopp. Bekommen den Fin... die finale Münze. Oder hatte Blaubasch-Brube doch nicht die falsche Textdatei drin? Gibt's vielleicht den, den Algenriegel wirklich nur in Bikini Bottom? Oh, das war jetzt ange... Das war ja angenehm. Das war nicht so angenehm. Gibt's vielleicht den Algenriegel wirklich nur in Bikini Bottom, aber die Münzen dafür muss man den Rockbottom suchen? Könnte das eventuell sein? Ich weiß es nicht. Ich werde es nie erfahren. So, na... Na, das schaffe ich nicht. Aber hier konnte ich die Abkürzung nehmen. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Pömpelchen. Ein paar Pommes. Die große Grabe Pommes ist die Pommes für dich und mich. Pommes, 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 Pommes. Entschuldigung. Ich weiß, Pommes sind keine Pizza, aber komm. Ich find hier ja keine Pizza. Ich muss ja irgendwie meine Sprüche hier reinbringen. Ohne komplett abwegig zu sein. Ja? Gut. So, hier nach oben. Da sind wieder Ninja-Sterne. Patrick und Thaddeus können mich mal... Nein! Traurig. Aber ich starte euch nicht hier oben. Das ist dementsprechend weniger traurig. Ah, nicht ganz hier oben, aber... jedenfalls nicht allzu weit weg. Da, jetzt sind wir wieder hier oben, wo ich gerade so jäh gestorben bin. Ich geh einfach nach unten. Ich hab hier nur Pech, wenn ich nach oben gehe. Ich lass es dementsprechend einfach mal. Und, äh, ja. Dann gehen wir jetzt nach unten weiter. Ist doch auch schön, oder? Hat was Feines. So, krieg ich weniger Pfannenwände, aber das ist mir jetzt auch egal. Das Überleben ist mir seltsamerweise ein bisschen wichtiger als Pfannenwänder. Wobei das gar nicht mal so einfach ist mit diesen drei Seesternen da. Da kommt wieder Thaddeus Cousin. Vergiss es! Nein, nein, nein! Nicht mit mir! Haha! Und weg mit... Ey, du lebst noch! So, jetzt nicht mehr. Kabam! Und Kablamo! Und Kremburger! Achso, den musste ich jetzt nehmen. Gut. Hallo, fliegende Holländer! Au! Gut, dann mache ich das schön langsam. Feuer, 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 Feuer. Hat trotzdem nicht geholfen. Macht mir trotzdem damage. Weil ich unvorsichtig bin. Und nochmal unvorsichtig. Schön! Wer will schon vorsichtig sein? Oh Gott, jetzt kommt er hier angerannt. Nee, nee, das... So will ich das nicht. Äh, das hat auch nicht so gut funktioniert. Ah, das hat funktioniert. Das Problem ist, ich sehe leider, dass... Äh... Er mich plättet. Warum schon wieder? Ja, 10% nur noch. Ja, das war's. Weil ich ihn nicht getroffen habe. Also, ich dachte, ich hätte es, aber ich habe es nicht. Schade! Na gut. Aber wir sind ja... Ich wollte mir den Krabbenburger auch eigentlich aufheben, aber ich durfte nicht. Oh nein! Ist das vielleicht der Clou des Ganzen? Dass ich ihn einfach treffen muss, bevor... Er sein Schei... Ja, das ist der Clou des Ganzen. Ernsthaft jetzt? Das ist ja wie bei dieser Pflanze bei Vario, die ich auch 3000 Mal hätte einfacher besiegen können. Ach, von da oben kommt er. Die ich auch 3000 Mal einfacher hätte besiegen können. Wenn ich sie einfach in eine Anglosskaskade verwickelt hätte. Naja, du mich jetzt auch. So, jetzt habe ich dich getroffen. Und jetzt treffe ich dich wieder. Und... Jetzt kannst du mich mal kreuzweise, fliegende Holländer. Ja, ich habe dir geholfen. Ich habe dich bei mir wohnen lassen. Hab zugesehen, wie du fett geworden bist. Heult mit mir! So, los, fliegende Holländer. Heul mit mir! Ja, hast du davon. Meine Güte. Gut, auf geht's zu den Quallenfeldern? Fragezeichen? Jetzt habe ich den... Den... Den Riegel verfolgen. Für meinen Lieblings-Superhelden. Ja! Oh, danke, Kind. Schau, Kind. Also, Mergenfraumann, ähm... Hat eine Aufgabe. Der Fernsehapparat ist kaputt. Und, äh, wenn wir nicht die richtigen Werkzeuge haben, dann würde er seinen Lieblings-Cartoon verpassen. Könntest du helfen? Äh, äh, mautst du eine Schnecke? Darauf kannst du wetten. Ich muss es jetzt sagen. Ja, sonst würde Lizzie mich verhauen. Wir müssen... Wir müssen brauchen den Hammer. Wie, was sind denn das für Quallenfelder hier? Also, wenn ich das jetzt nicht sage, dann würde Lizzie mich hauen, sobald sie das irgendwie mitkriegt, dass ich... Dass ich die Chance verpasst habe, den Spruch dazu zu machen. Ähm... Also, hier bitte Spruch über Highschool Musical 2 und Bad on it machen. Ja? Gut. Hätten wir das geklärt. Hoppa! Einmal rübergehüpft. Na, das schaffe ich auch. Ja. Hier noch eine Coley. Und das hat ja super funktioniert. Wer braucht schon goldene Pfannenwänder, wenn man einfach mal ein bisschen Damage kriegen kann, ne? Sind das dieselben Quallenfelder wie vorher? Wer hat denn hier die ganze Schlonze reingeschmissen? Oh nein. Pit. Ja, natürlich sind das dieselben Quallenfelder wie vorher. Wir haben ja immerhin schon wieder die gleichen Probleme, über die Blümchen drüber zu kommen. Also, es müssen ja dieselben Quallenfelder sein. Warum ist das denn so unterschiedlich? Jetzt schon wieder. So. Das gibt's doch nicht. Ich komm da nicht rüber. Ich komm mit da nicht rüber. Rüber, Candy Bar, alles, alles da. McLaren's Bar, nee, das war das McLaren's Pub, aber ist egal. Wir machen eine Bar auf. Moment, falsche Serie. Jetzt hat's endlich das erste Mal geklappt, dass ich gestorben bin. Jetzt hat's endlich das erste Mal geklappt, dass ich jemanden mit der Arschbombe besiegt habe und danach sterbe ich sofort. Das ist ja heldenhaft. Mann, ist das heldenhaft. Ach so, okay, jetzt verstehe ich das, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ich verstehe. Ich muss schon so ein bisschen in der Arschbomben-Animation drin sein, damit das überhaupt funktioniert. Weil sonst kriege ich eher Damage, als dass ich Damage verursache. So, den Hammer haben wir. Das ist gut. Ich muss übrigens gerade mal ganz kurz was machen. Oh, Manta-Rochen. Oh, Manta-Rochen. Das ist nicht gut. So, ich musste gerade den Download anschalten. Und es eignet sich immer, Downloads während solcher Aufnahmen hier zu machen. Wenn man eh nicht online spielt, dann passt das nämlich ganz gut. Genau, ich hab nämlich gerade ein Update von Dead Island 2 gemacht. Und jetzt lade ich euch das nächste Let's Play runter, was ein bisschen ernster sein wird als Spongebob. Also ja, natürlich, ich lade euch das Let's Play runter, damit ich das nicht selber spielen muss. Äh, ich mache einfach direkt das Let's Play. Das ist viel einfacher. Anstatt, dass ich jetzt das Spiel runterlade, damit ich das Let's Playen kann. Man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ne? Selber spielen ist out. Und deswegen muss man einfach Leute finden, die für ein Spielen. Das passt dann schon. So, ihr macht ein bisschen drüber. Und, aua. Na, na komm. So. Ich bringe ihn fort mit dir und ich hab echt vergessen, was das war. Aber ich, es wird schon irgendwas gewesen sein. Und hier sind wir beim öligen Rick und wir brauchen die Ölkanne. Das ergibt Sinn, dass wir die Ölkanne vom öligen Rick kriegen. Schaschrick. Oh Gott, hier ist es elektrisch. Hier hab ich ein bisschen elektrisches Gefühl. Ich bin völlig schwerelos. Elektrisches Gefühl. Moment. Ähm. Hier. Oh. Ungünstig. Da geht's ein bisschen in die Tiefe, hab ich das Gefühl. Ähm. Lassen wir das mal. Aua. Ich dachte, dass ich hätte, wenn ich es ein bisschen Zeit habe. Aber nö. Brutzel, Brutzel. So. Ja. Ich nehme bitte direkt den Runterweg. Dankeschön. So, an Rick vorbei. So, Kramburger. Eine Kramm-Bude. Kommt sofort. Da kommt jetzt die Bulette. Und dann die Gürtchen. Und dann... Du hast die Gürtchen vergessen. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen out of context, aber... Ach komm. Wie soll ich denn hier zwischen diesen Rohren noch irgendwelche SpongeBob-Anspielungen einbauen? Das funktioniert einfach nicht. Oder fällt euch irgendwas ein? Mir persönlich nämlich nicht. Das war am Anfang noch viel einfacher. Mit diesen ganzen Leveln, die auch dann wirklich vorkommen. Na, du kommst weg. Nein, das war nicht so gut. Egal. Hier, hier. Na, jetzt muss ich aber langsam mal ein bisschen Obacht geben. Ich habe nur noch 30 Leben. 20 Leben, wollte ich sagen. 20 Leben habe ich nur noch. Vielleicht habe ich auch wieder 100 Leben. Nein. Na, da habe ich wieder zu spät auf A gedrückt. Ah, so. Oh, ihr seid unempfindlich gegenüber Arschbomben. Ja gut, wenn man so einen Panzer hat. Oh, Hicks, ist das irgendwie verständlich. So, da gab es die Ölkanne. Und jetzt gehen wir nur noch auf den Konsersenfrachter. Da waren wir ja schon mal als Easter Egg drauf. Die Monkey Ranch. Ja, das erinnert mich an das eine Rätsel bei Monkey Island 2, wenn ihr das kennt. Wo man einen Affen als Schraubenschlüssel benutzen musste. Wenn man im Deutschen allerdings nicht weiß, dass Schraubenschlüssel im Englischen auch als Monkey Ranch bezeichnet wird, dann ist das ein ziemlich kompliziertes Rätsel und ist deswegen auch in einer Auflistung der schwierigsten Rätsel aller Zeiten gelandet, die ich mir mal angeschaut habe. Aber an sich ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Okay, muss ich da runter? Ja, muss ich. Gut, dann probieren wir es doch mal. Warum habe ich hier eigentlich den Helm auf? Ah ja, weil ich über Wasser bin. Klar, wenn ich hier auf dem Konserventanker bin, bin ich über Wasser. Das ergibt schon irgendwie Sinn. So, da. Ah, da ist es. Warum rollt das Fass eigentlich immer hin und her? Das ist ja nervtötend. So, ich ignoriere die goldenen Pfannenwänder. Die Kisten ignoriere ich auch. Auch wenn da Snake drin sein könnte, vielleicht müsste ich den auffangen, aber ich glaube eher nicht. Aua, apropos Kiste. Man kommt sich hier ein bisschen vor wie Donkey Kong, beziehungsweise wie Jumpman, der von Donkey Kong mit den Fässern abgeschmissen wird. Ach, da sind wir schon. Hallo, was bist du denn? Um Gottes Willen. Gott, oh Gott, was bist du? Also außer hässlich. Weil hässlich bist du auf jeden Fall. So, verschwinder du. Aglon. So, viel hat er nicht mehr. Einmal, glaube ich. So, das war's. Keine Ahnung, was es war, aber es ist tot. Braucht ihr denn irgendjemanden reparierten TV? Ja, Glückwunsch, Spongebob. Das hast du dir verdient. Patrick ist echt glücklich, dich als Freund zu haben. Happy Birthday, Patrick. Von all deinen Freunden in Bikini Bottom. Und sogar von einem kleinen Plüschplankton, so wie es ausschaut. Also, das war's. So schnell kann's gehen. Zwei kleine Völkchen. Entwickelt von ganz vielen verschiedenen Leuten. Und unter anderem auch von Dominik dem Holz. Und Derek Poon. Und bla 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 bla. Das Spiel ist zu Ende. Vielen Dank fürs Spielen. So, das war Super Sponge. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich kann euch jetzt schon mal anteasern, denn so sieht hier der Startbildschirm aus. Und mit A kommt man aus Super Sponge, was wir gerade gespielt haben. Und mit B kommt man zum Battle von Bikini Bottom. Das, wenn ich das nicht richtig einstelle, ist aber verdammt dunkel, wie ihr hier sehen könnt. Und dementsprechend lassen wir das. Da muss ich ein bisschen dran rumtüfteln, ehe ich das spielen kann. Und ja, das war's im Prinzip mit Super Sponge. Viel mehr gibt's hier nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Geburtstag. Ich hoffe, jeder von euch, der Geburtstag haben sollte, der hat einen schönen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Spiel wieder. Vielleicht spiele ich noch einen anderen SpongeBob jetzt hinterher. Die Spiele sind ja allesamt nicht so unglaublich lang. Ich glaube, das hier ist mit Abstand das kürzeste von allen, aber so unglaublich lang sind die trotzdem alle nicht. Oder vielleicht spiele ich auch schon das ernsthafte Spiel. Mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Die paar kleinen Levelchen. Und ich hoffe, dann sehen wir uns spätestens bei einem anderen SpongeBob Let's Play. Tschö. Auch eine Demo, guck mal. Ja, der spielt ein bisschen besser als ich. Na, ich muss das ausmachen, sonst werde ich deprimiert. Tschö.